kann ich aber nicht weil wir kein stadttor haben na gut dann müssen wir gucken dann können wir mal das so ein blödes breitschwert braucht kein mensch sperr können wir auch nicht wirklich gebrauchen mein ich will jetzt auch nicht zu viel weg weg ist auch nicht zu viel wegschmeißen adaptive spell der mensch interessiert mir ein wenig 4 prozent increase movement speed sieben prozent irgendwie ja dann kann man auch die lieber nehmen und die anderen wegschmeißen die fall bauen 17 prozent increase bell der mensch hat das schon wieder nice das können wir auf jeden fall nehmen was ist hier mit 1,02 ist aber mehr wieder ein bisschen platz hallo juna grüß dich alles gut bei dir ja 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 das wissen wir ja okay ja ich habe gedacht ich spiele heute mal aber ich fange erst mal nekromanten an zu spielen habe mir das auch ein paar bilds angeguckt heute nachmittag und fand die idee sehr gut mal gucken was das wird so ein paar ideen habe ich mir geholt so ein paar sachen ich habe mir dann heute nachmittag auch ein loot filter geholt der funktioniert allerdings nicht da muss ich noch mal gucken ob es neueren gibt es ist ja bei dem spiel genauso wie bei alt aller dieser spiele dass du damit gut zugeworfen wirst und dann ist es teilweise echt ein bisschen viel habe ich heute gelesen dass es bei euch so warm ist also hier geht es eigentlich weiß ich 25 grad also das ist alles erträglich kannst du es mal lassen die fall bei uns naja 17 prozent die sind besser die wir gerade haben aber soll ja bei euch dann auch spätestens montag wieder kühler werden wenn ich das richtig gehört habe bei uns wie gesagt soll morgen schon glaube ich nur noch 20 grad oder so sein und gefällt dir das spiel genauso gut wie es mir gefällt also ich finde es wirklich toll muss ich echt sagen so was ist das das lightning damage interessiert mich nicht naja egal ja das stimmt allerdings ja ja und das mit den 30 grad wir können ja froh sein dass wir nicht in österreich italien oder in spanien sind muss man ja mal so sagen oder was war das was habe ich heute gelesen war das italien mit oder spanien mit 48 grad also da muss ich echt sagen da hört es aber auch echt auf so viel zum thema wir haben kein klimawandel hey freunde ach da ist auch noch einer so dort haben wir alles durch ja dann geht's mal hier lang ach hier ist doch gleich so eine art boss fight wenn ich mich zu recht erinnere auf und in 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 können wir das mal lassen hier ach jetzt kommt er ich wollte das sagen dass er sowas wie ein basskampf war so was an der art ja arschloch amulett für die region 14 hälfte das könnte man vielleicht mal anlegen na ja brauchen wir zwar nicht ja wir sind vollgepackt ich weiß ich weiß das alte spiel ja wie gesagt grimdorn mache ich ja auch noch nebenbei das ist dann ja halt fürs let's play aber das spiel kann man auf jeden fall und wie gesagt es ist ja noch nicht fertig ja warum sie attackiert ja ich weiß wir müssen hier durch tschüss also ich bin noch gut dann gehen wir jetzt durch und da ich jetzt beim letzten durchlauf halten nahkämpfer gespielt habe habe ich gesagt machst du mal was anderes so la 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 336 fehlen uns ist jetzt auch nicht so viel hat sie gesagt faszinierend ich weiß ja nicht ja ja ich komme ja schon auf rumzuschreien lassen wir eben umgucken dann komme ich auch gleich aber hier ist glaube ich nichts weiter nein wo bin ich okay ich bin irgendwie an die oberfläche gekommen da sowas aber auch du weißt wie viel her gekommen ist egal na ja die weibler okay wir haben ja eigentlich gar nichts verloren das ist das was man sagen will ach hau ab wie ist der ist da auch wieder nur scheiße drin wer ist attack 1,02 den bräuchte einzupacken macht überhaupt keinen sinn knüppel sowieso nicht gladius auch nicht was ist mit dem hier 37 prozent increase dann stellen sagt bla hat das mit dem mit dem inventory das ist so eine sache lalala auch ihr habt gar kein skatepark gekriegt oder was 0 ans bäune hat aber hier haben wir gekriegt